Unter seinen Zufländen bleibt doch da! Amen! Die alten Leute von heute halten gar nichts mehr aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Nächste bitte! Herr Doktor, bitteschön, mir geht's heut gar nicht gut, weil ich jede Nacht aus Marschloch aus dem Blut. Es tut so furchtbar weh, besonders wann ich geh. Oh, oh, yeah! Na, lass uns einmal singen, das klingt ja gar nicht fein. Das werden doch nicht am Ende Hämorrhoiden sein. Weil durch einen alten Tampon kriegt man Analinfektion. So, come on! Herr Doktor, eins ist gewiss, es brennt mich, wann ich piss. Seit vierzehn Tag hab ich einen furchtbar dünnen Schiss. Kann denn das eh sein? Hörn's bitte, sag'n's nein, weil das nicht fein. Sie haben eine Chance erkenne, lassen's mich hinten eine. So schnäfft mir die Pazin heraus, drum spreitzen sie ihre Beine. Sind's nicht blöd? Ziehen sie sie nicht? That's what I said. Herr Doktor, das ist gut. Herr Doktor, das ist fein. So könnte halt der Ortsbesuch immer sein. Doch Arztbewohner ist schon, haben sie keine Angst vor Infektion. Oh, come on! So, come on! Jetzt passen sie einmal auf, jetzt werden sie die Pazin. Ich bin der schlimmste Aidsfall, von Texas bis Rotau. Sie hatten zwar nie Aids, aber sicher haben sie es jetzt gesehen. Ja Aids, ja, ich hab Aids, und ich weiß, mein Freund, dir steht. Doch ich hab Aids im Blut, und es ist gar nicht gut. Drum los ich dich, sind wir beide bald, ich so nötig bin. Aids, 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 und ich weiß, mein Freund, dir steht. Ja, er steht. Doch ich hab Aids im Blut, und es ist gar nicht gut. Dann los ich dich, sind wir beide bald, ich so nötig bin. Danke vielmals, Dankeschön.